Okay, ich habe jetzt einfach nochmal eine Folge gestartet, ich habe den Stream gerade beendet, es wird jetzt aber noch trotzdem ein bisschen lecken, auch wenn ich jetzt hier die Streamaufnahme nicht noch parallel habe. Aber das Problem ist, dass ich gerade wieder auf die falsche Festplatte aufgenommen habe und noch parallel die Datei kopieren muss und deswegen habe ich jetzt so wenig FPS, weil ich quasi gleichzeitig zwei Dateien auf die Festplatte schreibe. Ja, das kann zu Problemen führen, man sieht es, jetzt geht es gerade, jetzt hat er glaube ich die Geschwindigkeit von dem anderen Ding runtergenommen, beziehungsweise weil hier alles geladen ist vielleicht auch, aber ja, ich baue hier einfach mal weiter kurz und mache mal die Pigment Farm, ich habe jetzt echt kaum noch Zeit, ich habe mich schon wieder so verschätzt, obwohl ich eigentlich hier alles nochmal mir so zurecht gebaut habe, dass ich eigentlich gut hinkommen müsste, aber ja, aus irgendeinem Grund haut es wieder nicht hin. Ja, so ein nerviger Scheiß immer, ich habe extra heute die Streams mit den Folgen verbunden wieder und was weiß ich, ne, und dann reicht es trotzdem wieder nicht. Ja, ey, generell ist mir das alles so stressig geworden einfach nur. Also heute macht es mir keinen Spaß, muss ich sagen. Heute ist es einfach nur ätzend und belastend, dieses ganze Aufnehmen. Da bin ich froh, wenn das rum ist. Ja, es tut mir leid, aber ja, ich bin einfach, ich weiß nicht so, manchmal hat man einfach so richtig, die Schnauze voll einfach nur von dem ganzen Stress und allem. Oh, ich weiß nicht, das kotzt an. Ah, übelst. Manchmal ist ja noch okay, da kriegt man das alles einigermaßen gut gemanagt. Und da freut man sich dann auch, wenn ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Habe ich auch letzte Folge schon ein bisschen so rausscheinen lassen, aber jetzt, alter, ist einfach nur schlimm. So, wie machen wir jetzt hier? Ich glaube, ich mache einfach nur eine Plattform. Einfach damit ich die ein bisschen abformen kann. Ich will jetzt hier nicht großartig was Automatisches haben oder so, sondern die sollen hier einfach nur spawnen und fertig. Ich könnte natürlich hier mit Witterhosen oder sonst was agieren, aber... Ja, wo soll ich die erstmal herkriegen, ne, ist die Frage. Okay. Dann hier her. Und nächste. Ja, aber das kriegen wir hin. Und ich weiß auch noch gar nicht, by the way, wann ich diese Weihnachtsaufnahme überhaupt mache. Also hier, Santa Claus and Trouble, alter, und so. Also, bin ich auch noch an Rätseln, weil das wollte ich eigentlich auch noch machen. Dieses Jahr. Aber irgendwie kriege ich es aktuell absolut... Lol. Jetzt ist irgendwie mein Gehirn abgestürzt. Äh. Ich kriege es absolut nicht hin, dieses Jahr. Sonst habe ich auch schon immer Probleme gehabt, weil Santa Claus ist immer so extra so ein Ding, ne. Ich musste immer zusätzlich Zeit investieren und auch beim Q&A, da muss ich auch nochmal schauen, ey. Das ist eigentlich ähnlich von der Situation, oh. Hilfe, ich hoffe, ich verliere jetzt nichts. Aber wenn doch. Screenshot. Ah, zum Glück. Ach, Mann. Ja. Und dann den Jahresrückblick, den muss ich auch noch einplanen zum Aufnehmen. Diese ganzen Special-Sachen nochmal zum Ende des Jahres. Und vor allem, für ihr geht es ja auch noch. Ach, klar, für ihr geht es ja aber dieses Jahr gehen, weil das ist nicht so viel gewesen wie... 2019. Ne. Da war es ja krass. Wie viele Videos kamen Anfang 2019? Drei oder zwei? Ich glaube, jeden Tag zwei, aber dafür für eine längere Zeit. Jeden Tag drei Videos hatte ich nur 2018. Das war auch übertrieben, das hätte ich mal lassen müssen. Da hätten jeden Tag ein Video gereicht, oder... Ja, so zehn in der Woche, ja, das hört sich ganz gut an. Ah, drei, alter. Das ist extrem gewesen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ne, das war 2017, das war gar nicht 2018. Stimmt. Das war 2017. Boah, ich muss mir mal die alten Upload-Pläne angucken. Ich habe das gar nicht mehr alles so im Kopf. Ah, na toll. Ja, jetzt habe ich ja nicht mehr genug Slaps. Ich mache mir mal welche und gehe mal da hinten hin. Und ja, dann sehen wir weiter. Ah, hä? Lol. Ja, aber wenigstens ist mir so ein kleines Thema eingefallen, quasi. Mal sehen, was ich in den Titel schreibe. Ich muss das heute später machen, den Titel. Kriege ich jetzt nicht, äh, instant nach der Folge hin, wie sonst immer. So, machen wir mal hier noch die Ecke. Und noch eine Facke hin. Und dann gehen wir in Skywars rein, die Masse. Ja. Also ich muss sagen, mit dieser Folge bin ich aber auch schon wieder zufriedener als mit der letzten. Ja. Nur nochmal unter sozusagen. Also irgendwie ist es schon wieder besser. Ja, immerhin. Wieder ein Aufschwung kleiner. Aber ich hoffe, es bleibt dann auch so die nächsten Folgen. Mal sehen. Naja, kurzer Cut. Okay, ich habe es ja gerade noch gut in der Lobby geschafft, instant. Und ja, da kann man mal loslegen. Mal sehen, wie es läuft. Ich hoffe mal, ich muss ja nicht zu viel schneiden nachher, dass ich immer gut in eine Runde komme. Am besten. Und ja, dann legen wir mal los hier. Äh, warum baue ich das ab? Lieber hier. Na los. Eigentlich immer als erstes die Kiste abbauen, ne? Das ist am besten. So. Ja. Also alle paar Folgen Skyblock, das muss irgendwie echt sein, ne? Mittlerweile. Das habe ich mir so angewöhnt. Beziehungsweise ich sage jedes Mal Skyblock. Das heißt doch Skywars. Mann. Aber im Titel steht zumindest richtig. So. Erst mal Dias holen. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Und dann, was hat die Effizienz? Naja. Äh. Hier den noch. Da oben. Und dann hole ich mir ein Schwert. Äh. Ich mache erst mal hier TNT hin. Explodiert das Instant? Ne. Zum Glück. Ah, Eisen habe ich nicht. Oh, ey. Mann. Das gibt es doch nicht. Zumindest hatte ich eine Axt. Ja. Und ich habe dem auch ein bisschen Schaden gemacht. Da bin ich ja schon stolz. So. Mal sehen, ob wir Instant in eine neue Runde kommen. Vielleicht auch in der Achter oder so. Da oben. Die ist gut. Die sieht voll aus. Hä? Hä? 12? Achso. Von 12. Ich dachte von 16. Ich komme nicht mehr rein. Das wäre ja vollkommen dumm. Äh. Ja, hier ist noch eine Siebener. Aber ich glaube, dass es wieder... Ist sie mit Teams? Oder nicht? Na, ich werde sehen. Okay. Wir sind jetzt schnell hier. Ja, die scheint mit Teams zu sein. Na gut. Dann machen wir mal so eine. Alter, wenn ich hier faile. Ohne Witz. Hä? Was ist das überhaupt für eine Map? Hä? Das ist schon noch Skywars, oder? Kommt mir irgendwie nicht so vor. Alter. Das ist ja mal übel special. Ne? Ich mache hier ein Thumbnail von. Ja. So hier. Was für ein Shit. Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, wie man das hier spielt gerade. Vielleicht einfach mal den Zaubertisch abbauen. Geil. Hab den einfach mitgenommen. Ach, da hassen sie mich wieder dafür. So, dann kommt mal her. So, hab ich den gekillt? Oh, nee. Shit. Alter, was war das denn wieder für eine dumme Runde, ey? Das gibt's doch nicht. Okay, wir befinden uns jetzt hier irgendwie in einer Runde mit Soup. Ich nehme mal hier gleich alles mit. Und, ja, beziehungsweise die Map heißt Soup. Also, es ist ja nicht der Modus oder so. Und dann hole ich mir gleich mal... Ah, die ja Stiefel hab ich. Und... Was bräuchte ich noch? Vielleicht die ja Helm, hä? Das könnte ich mir machen. Oder eine Hose. Ja, das wär gut. Ja, so. Genau, abbauen und weiter. Ähm... Aha. Ist das mit Teams? Nee. Alter. Dieses Arschloch, Alter. Es kotzt mich an. Ich krieg einfach meine Folge nicht voll. Alter, das ist so dumm. Jetzt geh ich in noch eine Runde, ey. Ach, schlimm, schlimm, schlimm. Ich kann einfach meine scheiß Folge nicht beenden, Mann. Ausgerechnet jetzt. So, geh mal hier rein. So, dann sind wir jetzt hier im Piggy Town. Hier gibt's irgendwie... Die ist irgendwie von Stromberg HD oder so, stand hier. Ja. Das ist auch lustig. Und, äh... Dann schauen wir mal. Das kann ich mitnehmen. Die sind total eingelagert. Aber wie viele da sind sie hier. Ist ja auch krass. Kann ich mal eine Chessplate machen, ne? Ja. Sollte gehen. So viel Holz hier schon wieder. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Zack. Habe ich schon. Ja, toll. Ne Hose nehme ich. Stiefel, Helm. Und, ja, dann schauen wir mal. Habe ich hier Eisenschwert am besten. Vielleicht noch Cockrabs. Und dann, ja, gehe ich mal irgendwo hin. Vielleicht in die Mitte. Dass wir noch einen Kampf haben. Das wäre ganz gut. Ja, einfach mal rüberstacken. Wow. Ich habe nur Lags. Na komm. Ich beende hier, glaube ich, die Folge. Ich habe, glaube ich, jetzt genug. Äh. Weil ich glaube, mein Internet stürzt Gott ab. Ich merke das schon wieder. Ja, dann haut rein. Und das war's. Ja, wow. Ich bin tot. Ja. Keine Chance. Na ja. Immerhin haben wir hier ein bisschen was gemacht. Und ich stehe halt so unter Zeitdruck. Sorry, ich muss jetzt hier unbedingt weg. Also, ciao.